Hi, in dieser Folge geht es um einen Mordfall und außerdem thematisieren wir einen Suizid. Wenn es euch damit nicht gut geht, dann skippt diese Folge oder hört sie wann anders. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann gibt es immer jemanden, mit dem ihr sprechen könnt und der euch zuhört. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Okay, Magdalena, sag mal, True Crime, Hand aufs Herz, wie findest du das? Bist du Fan, bist du so ein Mord-Junkie? Äh, eigentlich nicht so. Ich fühle mich damit nicht so hundertprozentig wohl, bis ich die ersten zehn Minuten von irgendwas angeschaut oder gehört habe. Also True Crime im Fernsehen bin ich voll dabei, einfach weil ich viel Fernsehschaue. Ich liebe auch so Detektiv-Stories, alles so Mordgeschichten, True Detective. Witzigerweise Tatort nicht so sehr, aber so alles, wo es irgendwie um so fiktive Morde geht oder so, oder irgendwie Dokus oder so, halb fiktiv, bin ich voll dabei. Aber inzwischen gibt es halt so viele True Crime-Formate, gerade in der Podcast-Welt, dass ich davon auch manchmal überfordert bin und dass ich auch nicht alle gleich qualitativ gut finde, sage ich jetzt mal. Also, ja. Ja, ich glaube, da geht es mir ganz ähnlich. Ich fremde auch ansonsten so mit dem, also gerade im Podcast-Bereich fremde ich so ein bisschen mit dem Format. Und heute erzähle ich dir eine Story, bei der ich mir nicht so sicher bin, ob das so eine gute Sache war. Hi, ihr hört Browser History, den Podcast, in dem wir euch erzählen, wie das Internet uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ich bin Magdalena Pultz. Und ich bin Dennis Kogel und erzähle heute die Geschichte des True Crime-Genres, die im Moment als Podcast zum Hype wurden und die Story vom Mord an Gabby Petito. Aber dann lass uns einfach mal loslegen mit der Geschichte. Und zwar würde ich dich gerne fragen, sagt dir der Name Gabby Petito etwas? Wie so oft, es ringelt ganz hinten in meinem Gehirn eine kleine Glocke, aber keiner geht ran. Also, keine Ahnung. Okay, gut. Also, der Fall Gabby Petito, das war 2021 eines der größten Internetthemen überhaupt gefühlt. Und zwar war das so ein Moment, da wurde eine junge Frau in den USA vermisst gemeldet. Und auf einmal waren da ganz, ganz viele Leute im Internet, die haben sich den Sherlock Holmes-Hut aufgesetzt. Die haben ihren inneren Watson bei Fuß gerufen und gesagt, komm, du und ich, Pfeife angezündet, wir lösen jetzt diesen Fall. Wir knacken jetzt einfach diesen krassen Fall. Und zu Gabby Petito gibt es wirklich, es gibt Podcasts, es gibt Reportagen, es gibt ganz, ganz viele Newsberichte, es gibt Dokus. Es gab sogar mal eine Verfilmung davon. Es gab einen richtigen Film dazu. Also, war jetzt irgendwie kein großer Hollywood-Film so, aber es gab trotzdem einen Film mit professionellen SchauspielerInnen darüber. Es ist aber auch gleichzeitig so eines der, finde ich, kontroversesten Themen der letzten Jahre im Netz. Weil Gabby Petito wurde halt im Internet auch einfach zu so einem spannenden Stück Content gemacht. Es war dann wie so ein True-Crime-Podcast, bei dem man einfach live dabei sein konnte. Aber eigentlich, also eigentlich geht es hier wirklich um einen realen und sehr, sehr tragischen Mordfall. Also, das ist nicht, das ist nicht fiktiv. Das ist wirklich passiert. So, fürs Internet war es eine Schnitzeljagd, aber es war halt keine Schnitzeljagd. Nee, genau, es war echt. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es ist ein Fall, bei dessen Aufklärung das Internet auch eine wirklich große Rolle gespielt hat. Und deswegen ist es auch ein Fall, bei dem ich mir bis heute nicht sicher bin, was ich davon halten soll. Also, ich will dir das erzählen, dann möchte ich irgendwie so, also, ich finde es total gut, dass du das noch nicht total kennst und dir ganz viel Gedanken gemacht hast. Weil ich bin mir wirklich nicht sicher, was ich davon halten soll. Also, ich erzähle dir heute die Geschichte vom Mord an Gabby Petito und den Folgen vom True-Crime-Podcast-Hype. Unsere Story heute beginnt im Sommer 2021. Was war da los? Joe Biden hat endlich Donald Trump abgelöst. TikTok wird richtig groß. Susanne Daubner, ja, lieben wir alle. Sie sagt, Cringe ist das Jugendwort des Jahres und alle feiern sie dafür. Sie wird ein Star, vielen Dank dafür. Im Radio und auf Spotify und so läuft überall Driver's License von Olivia Rodrigo. Ich liebe es auch. Und dann gibt es noch diesen einen krassen Urlaubstrend auf Instagram und TikTok. Weißt du, wovon ich rede? Äh, nein. Van Life. Van Life. Wogegen früher vielleicht eher Hotels und schicke Airbnbs in waren, wurde auf einmal, da gab es so einen Back-to-Nature-Call. Man ist jetzt halt ganz minimalistisch mit seinem kleinen Wohnwagen unterwegs und aber natürlich alles immer ganz ästhetisch inszeniert. Und das ist die einzig wahre Art, Urlaub zu machen. Und so, da wurden dann tausend Trilliarden, Millionen Bilder damit gepostet. Ich fand's cool. Ich fand's auch cool, absolut. Ich war total dabei. Wäre immer noch dabei. So, und das finden ganz, ganz viele Leute toll. Es gibt ganz, ganz viele Artikel darüber, wie cool das als Trend ist. Ich glaube, es ist auch einfach so ein Corona-konformer Trend in der Zeit, dass man dann irgendwie in die Natur fährt und so zu zweit. Natürlich. Naja, auf jeden Fall, es gibt in Florida eine Frau, eine junge Frau, die da auch voll dabei ist, die das auch total geil findet. Und das ist Gabby Petito. Gabby ist so 22 Jahre alt, lebt in Florida, habe ich schon gesagt. Und sie arbeitet in einem Taco Bell, also einem Fast-Food-Restaurant. Und sie träumt wirklich von einem Leben als Influencerin in dieser Van Life Bubble. Einfach durch die USA düsen und Content machen und reich werden und einfach niemals nach Hause kommen, immer die Welt sehen. Toll, toll, toll. Ich habe ein Foto für dich hier aus dieser Zeit. Okay, okay. Ja, sie sieht total entspannt aus. Man sieht sie so, sie trägt so ein Shirt und eine kurze Jeans. Sie ist blond, vielleicht auch ein bisschen von der Sonne ausgebleicht. Und sie lächelt breit in die Kamera und sie ist da, ich denke mal, irgendwo in den Bergen oder sowas. Und sie steht da so zwischen zwei großen Felsblöcken und lächelt so ganz offen in die Kamera hinein. Ja, und sieht so ganz entspannt aus. Ja, eine blonde junge Frau ist in einem US-Nationalpark. Und genau, so wie man sich halt so einen jungen Menschen vorstellt, der in einen Nationalpark wandern geht. Und Bock auf Van Life hat. Und Bock auf Van Life hat. Und wenn ihr dieses Foto sehen wollt und auch alle anderen Links und Zitate und Quellen, die findet ihr übrigens wie immer in unseren Shownotes. Und Gabby hat auch einen Verlobten. Der heißt Brian Laundrie. Die sind so seit circa zwei Jahren zusammen. Und der will auch dieses Van Life-Ding mit ihr durchziehen. Und Brian ist halt so ein glatzköpfiger Typ mit einem kleinen Bärtchen. So ein Outdoor-Typ halt. Also keine Ahnung. So ein Typ, den hat man tausendmal im Outdoor-Laden gesehen, wie der mal wieder eine Outdoor-Jacke shoppt. Also Brian, der wird auch nochmal sehr, sehr wichtig für diese Story. Der jobbt in der Zeit in einer Saftbar in Florida. Ist aber so ein Fan von Wandern. Liebt es, mit Gabby wandern zu gehen. Und die beiden kaufen sich auch tatsächlich einen alten Ford und bauen ihn zum neuen Wohnmobil um. Und dann im Juli 2021 fahren sie los, um ihr Van Life zu beginnen. Gabby hat da Bock, Influencerin zu werden. Und also, die kennt man aber noch nicht. Also die hat irgendwie ein paar hundert Follower. Also ein ganz, ganz normaler Mensch auf Instagram. Und sie plant quasi diese Influencer-Karriere. Aber sie hat da jetzt noch nicht irgendwie riesige, riesige Erfolge. Also sie fahren also los von Florida, mitten in die USA, in die ganzen Nationalparks, Utah, Wyoming und so weiter. Und sie postet von unterwegs. Und dann macht sie so Instagram-Posts, wo sie so drüber bloggt, dass sie es cool findet, dass Brian gerne barfuß wandert. So und die Leute gucken ganz komisch, aber der findet es cool. Und sie trainiert das auch. Sie zeigt die Schönheit der Natur in Utah, in Wyoming, wie sie dann so über die Felsen klettern und so. Wie sie auf den Felsen liegen und die Canyons angucken und so. Postet sie alles auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok. Gabby Tito, never goes outside. Ich fühle es total. Absolut, ich auch. Und so, ich habe auch Bock auf genau so Urlaube, Nationalpark irgendwie rumdüsen, Sachen angucken, chillen, leckere Dinge essen. Einfach einfach gute Zeit so. Also ich finde, ich liebe es. Und ja, am 26. August 2021, also so einen Monat, nachdem sie angefangen haben, ihr Vanlife zu leben, postet Gabby dieses Foto vom Parkplatz von einem Restaurant irgendwo in Wyoming. Okay, das sieht jetzt noch nicht nach irgendwie Crime aus. Sie steht da so vor so einer bunten Tafel und hat, glaube ich, irgendwie einen gehäkelten Kürbis in der Hand. Ja, so einen süßen, niedlichen, kleinen Kürbis. Naja, okay. Sie sieht auch wieder unglaublich happy aus. Sie sieht super happy aus. Breites Lächeln, das man sich vorstellen kann. Genau. Sie sieht super happy aus. Es scheint alles super zu sein. Und dann, vier Tage später, 30. August, bekommt Gabbys Mutter so eine Textnachricht von ihr. No Service in Wyoming, also habe keinen Empfang in Wyoming. Mhm. Und dann zwei Tage später, also 1. September 2021, kehrt Brian zurück zu seinen Eltern nach Northport, Florida. Aber Gabby ist nicht da. Hä? Und gibt es irgendeine Erklärung? Am Anfang nicht. Und es ist auch so ein bisschen unklar zu dem Zeitpunkt, ob Gabbys Eltern das alles überhaupt mitbekommen. Also Brian ist wieder da und die Eltern von Gabby vermuten, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch nichts Arges. Aber dann geht halt immer mehr und mehr Zeit ins Land. So, es vergehen Tage und Gabby ist immer noch nicht da. Sie haben dann seit Tagen nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Und dann machen sie sich natürlich immer mehr und mehr Sorgen. Und am 11. September 2021 meldet Gabbys Mutter dann ihre Tochter als vermisst. Krass. Also ich meine, du wirst dich ja gleich sagen, was Brian dazu so gesagt hat. Und am Anfang, wenn halt einer von einem Couples Trip zurückkommt, denkt man halt, ja, vielleicht haben die sich getrennt oder keine Ahnung, kann ja auch alles, vielleicht fährt er später nochmal hin, der muss jetzt nur mal kurz was zu Hause machen oder sowas. Kann ja alles sein. Aber wenn jemand erstmal mehrere Tage verschwunden ist, dann denkt man natürlich schon, Brian, was weißt du? Was ist da los? Ja, die Sache ist, ich habe noch ein bisschen nachgeschaut und also mit diesen Vermisstenfällen in den USA, das passiert überraschend häufig, dass Leute als vermisst gemeldet werden. Willst du mal raten, wie viele es 2021 sind? Ähm, 2000. 521.000 wurden 2021 vermisst gemeldet in den USA und das war ein Tiefstand. So, man muss dazu sagen, die aller, allermeisten Vermisstenfälle werden auch geklärt innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. So, weil dann, weiß nicht, gehen Leute von, also laufen Leute von zu Hause weg und dann kommen sie wieder oder Leute melden sich falsch vermisst und die sind in Wirklichkeit einfach im Urlaub oder so. Also 2021 bleiben von diesen über 500.000 Leuten auch wirklich nur 93.718 wirklich vermisst. Also etwas weniger als ein Fünftel, so. Es ist trotzdem so viel. Also die USA ist auch sehr, sehr groß, aber es ist trotzdem krass viel. Eine Stadt von Leuten. Ja, es ist wirklich krass, krass viel. Naja, und Gabi ist dann auch einfach eine von vielen, 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 vielen Menschen, die verschwunden sind. Und zu dem Zeitpunkt würde man sagen, so, ja, die taucht schon wieder auf. Komm, die taucht schon wieder auf. Das ist eine von 90.000. Die ist bald wieder da. Aber trotzdem wird der Fall ganz, ganz schnell ganz, ganz groß. Hast du eine Idee, warum? Weil es das Internet gibt. Natürlich. Es ist, es ist, ja, wir sind bei Browser History. Es ist das Internet. Ja, es ist vor allem TikTok, weil am 13. September, also nur zwei Tage nachdem Gabi als vermisst gemeldet wird, postet eine gewisse Paris Campbell, heute heißt sie Paris Campbell Grace. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Die ist, die macht random TikTok Sachen und dann reden Leute andauernd über sie. Also Paris Campbell, die macht so ein TikTok über diesen Vermisstenfall. Und da teilt sie das Vermisstenposter von Gabi und sagt, hier, die wurde im Nationalpark gesehen und irgendwie ist sie jetzt weg. Und wenn ihr Hinweise habt, dann sagt doch, sagt doch gerne, sagt doch einfach gerne Bescheid beim FBI oder so. Also alles, alles gut, Leute. Klassisches Vermisstenfoto. Dieses Originalvideo von der TikTokerin können wir heute nicht mehr anschauen. Das ist, da ist einfach nur so ein schwarzer Bildschirm. Aber da sind immer noch die Kommentare online. Und von den Kommentaren wird klar, also Paris informiert darüber, dass Gabi vermisst wird. Sie teilt dieses Vermisstenposter. Und sie sagt auch, dass der Verlobte, dass Brian ohne sie nach Hause zurückgekehrt ist. Und sich auch seitdem nicht zu Gabi geäußert hat. Was verdächtig ist. Kann man sich auch fast nicht vorstellen. Ich meine, wenn ich die Eltern wäre, dann würde ich doch als allererstes zu Brian gehen, oder? Na ja, gut. Absolut. Das führt so ein bisschen dazu, dass diese Story viral geht. Weil Paris spricht halt zu dem Zeitpunkt das aus, was dann ganz, ganz viele denken. Was zur Hölle ist los mit Brian? Und auf einmal sind ganz, 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 ganz viele Menschen interessiert am Schicksal von Gabi. Und dann gibt es auch andere TikTokerInnen, die beginnen, drüber zu posten. Paris macht da voll mit. Also in den nächsten Tagen, sie postet um die 80 Videos insgesamt. Wow. Aha. Das ist krass. Also sie postet irgendwie jedes kleine Update und jede Reaktion. Wir können ja kurz in eins von diesen Videos reinschauen, wie das so aussieht. So eine braunhaarige TikTokerInnen. Und die ist halt so ganz ernst und gibt so Updates, so genau wie man sich's vorstellt. So hier und dort wurde der Van gesehen. Und das ist das Letzte, was wir von ihr wissen. Und das ist so ganz ernsthaft. Ja, das ist krass. Also es ist wirklich wie so ein News-Update. Alles zu Gabi Petito, alles, was du jetzt heute zu Gabi Petito wissen musst. Und das war dann riesig auf TikTok zu der Zeit. Und das inspiriert dann auch zahlreiche Fans, auch quasi sich mit diesem Fall zu beschäftigen. Darunter sind auch PodcasterInnen, die sich dann auch sofort zu Internetdetektiven erklären und dann selber Nachforschungen anstellen, sich dann... Also das Interessante ist ja, die ganzen Instagram-Posts von Gabi und Brian, beide haben Accounts, die sind halt online. Da kann man mal Sachen anschauen. Da kann man alles irgendwie gucken. So, ah, wo sind sie, wann, Geolocation und so Posting. Wie, wie haben sie was gesagt? So, was, was, wer hat wie kommentiert? Wer hat was geliked? Der Stil von Fotos, so. Leute stürzen sich darauf, fangen an zu analysieren. Und es ist dann wirklich True Crime in Echtzeit. Klar, und das macht dann natürlich auch, dass große Medien anfangen, darüber zu schreiben, dass es große Artikel darüber gibt und sich die Leute fragen, warum sind jetzt alle so obsessed mit Gabi Petito? So, was ist da los? Ich kann es schon verstehen. Also es hat irgendwie so diese Komponente, dass es irgendwie so einen ganz starken Tatverdächtigen gibt und man irgendwie so das Gefühl hat, eigentlich muss man nur dem auf die Schliche kommen. Also es ist vielleicht, es ist nicht so ein komplizierter, keine Ahnung, Fall. Und dann ist es noch so in der Natur. Also es könnte schon auch ein Film sein. Also ja, ich kann es schon verstehen, dass die Leute irgendwie direkt auf diesen Fall angesprungen sind. Ja, ja, ich auch. Und ich mache es jetzt wie so ein guter True Crime Podcast. Willst sicher wissen, wie die Story ausgeht. Aber ich mache es hier an der Stelle so ein bisschen spannend. Weil ich glaube, wir müssen an dieser Stelle so einen kleinen Schritt zurücktreten und vielleicht auch so ein bisschen erklären, woher eigentlich diese Faszination im Internet mit True Crime Stories kommt. Hast du da eine Theorie? Im Internet? Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass True Crime die Leute schon immer fasziniert hat. Wie gesagt, der Tatort ist eines, ich meine, das ist nicht immer True Crime, aber manchmal orientieren sie sich an True Crimes, sage ich mal. Und auch sowas wie Aktenzeichen XY ist einfach eine der beliebtesten Sendungen Deutschlands gewesen. Oder ist es noch bis heute? Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist eigentlich also quasi die Frage nach, warum ist True Crime beliebt? Das war schon immer beliebter. Ich habe so ein bisschen drüber nachgelesen. Das war schon beliebt im 17. Jahrhundert. Da haben Leute schon Podcasts gemacht. Nein, da haben Leute quasi mit so Poster im Prinzip gedruckt, wo sie so Storys erzählt haben. Da gab es dann zum Beispiel so Pamphlete in England über grausame Mordgeschichten, wo dann irgendwie so ein Wärter mit Gefangenen gesprochen hat und hat gesagt, ja, hier erzähl mal von deinem schrecklichen Mord. Und das dann aufgeschrieben hat und veröffentlichten Leute haben das gelesen wie irre und waren dann so, krass, hast du gehört von dem Crazy Londoner Supermörder? Ja, genau. Und dann klar, natürlich Fernsehen, Tatort, Aktenzeichen, XY und so. Also Leute haben schon immer krasse Mordgeschichten und Gruselgeschichten geliebt. Aber so beim Internet muss man sagen, also so die moderne Liebe zu True Crime und so lässt sich schon ziemlich gut zurückführen auf den Podcast Serial. This is a global Callink, prepaid call from... Adnan Sayen. An inmate at a Maryland Correctional Facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. Dieses Klavier. Ich hab direkt Gänsehaut auf, wo es irgendwie 40 Grad im Studio hat. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich war auch so, ich hab das... Ich hab's wirklich seit irgendwie zehn Jahren nicht mehr irgendwie die erste Staffel Serial angehört oder sowas. Es ist so... Oh Mann, es ist so gut. Es fängt wirklich irgendwie perfekt an wie irgendwie eine gute Krimiserie mit der Musik und Sarah Koenigs Stimme. Das ist so geil. Also, kurz ein paar Infos zu Serial, wenn's einem nichts sagt. Also, Serial Podcast ist 2014 erschienen, gemacht von Sarah Koenig, eine Journalistin aus dem Podcast-Team von This American Life. Auch eine ganz, ganz große, bekannte US-Radio-Show plus Podcast. Also, die sind so auch so die Erfinder des Erzähl-Podcasts in den USA, kann man sagen. Und die machen wirklich so tolle Sachen. Die machen richtig coole Sachen. Genau, und aus dieser quasi Schule kommt Sarah Koenig und macht dann ihren... ihren Podcast Serial. Und das Konzept ist da quasi diese Geschichten aber erzählt wie eine Fernsehserie, also über mehrere Folgen hinweg. Und der Fall ist aber nicht fiktiv, sondern echt, weil es geht da um den Versuch von Sarah Koenig, einen alten Mordfall aufzuklären oder neu aufzurollen an einer Highschool in Baltimore. Weil da wurde nämlich Ende der 90er ein gewisser Adnan Syed verurteilt für den Mord an seiner Mitschülerin Helmin Lee. Und ja, der Podcast zeigt halt über mehrere Folgen, vielleicht stimmt da nicht was mit dieser Verurteilung. Es gibt da ganz, ganz viele Ungereimtheiten, ganz, ganz viele Details, die viele Fragen aufwerfen. Und ich hab das so geliebt damals. Ich fand das so gut. Ich hab's auch geliebt. Ich hab mir wirklich auf jede Folge hingefiebert und war so, oh Mann, wie geht's weiter? Holy shit. Aber trotz allem, also es war mega toll, man hat's mega gerne gehört. Aber am Ende hat's gekrankt an der gleichen Krankheit, an der ganz viele True Crime Podcasts erkranken. Und das ist, dass es halt keine Lösung gibt. Ich mein, dann später wurde der Fall irgendwie nochmal aufgerollt und alles, aber... Am Ende, Spoiler, ist es so, ich hab ganz viele Zweifel dran. Aber also ich alleine als Podcasterin kann das jetzt, also kann jetzt nicht irgendwie einen alten Fall komplett neu aufrollen. Ich kann nur Fragen stellen letztendlich und so. Aber ich mein, der Podcast hatte dann verspätet einen Effekt. Also der Fall wurde ja dann nochmal neu verhandelt. Adnan Syed wurde dann auch nochmal aus dem Gefängnis entlassen. Allerdings muss jetzt die Anhörung nochmal wiederholt werden aus bestimmten Gründen. Und es ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Also wäre es eine Fernsehserie, dann hätte die Podcasterin einfach dafür gesorgt, dass der unschuldig verurteilte Typ aus dem Gefängnis freikommt. Und es ist halt die Wirklichkeit und deswegen... Und so ist es nie, ne? So einfach ist es nicht, ja. Aber generell ist es so, dass Serial einen richtig krassen Effekt hatte auf Podcasts. Es war ja wirklich so ein Massenphänomen. Also das wurde so viel darüber gesprochen. Und ich glaube, für viele Leute war es so ein Erstkontakt mit Podcasts. Also vor allem auch so mit erzählerischen Podcasts. Und danach, ja, also ich habe so ein paar Studien mir angeschaut. Laut einer Studie von Pew Research sind inzwischen ein Viertel aller US-Top-Podcasts im True-Crime-Genre. Das war vor Serial nicht so. Und in Deutschland haben wir halt Podcasts wie Mordlust, Weird Crimes, Pollux. Die sind in den Podcast-Charts immer ganz, ganz weit oben. Das ist so mit das beliebteste Podcast-Genre, neben so Star-Formaten. Aber letztendlich hat Serial auch so eine Sache gezeigt, die auch schon damals so weird war. Nämlich auch da haben dann die Fans vom Podcast selber angefangen, online Detektiv zu spielen. Stimmt, natürlich. Es gab dann so ein Reddit und sowas, so ein Reddit-Forum, wo sie, die sich dann zusammengeschlossen haben und auch angefangen haben, über den Fall von Adnan Zayed zu spekulieren. Und das war weird. So, das war weird. Warum fandest du das weird? Naja, weil es dann auch schon so war, dass sich dann die Angehörigen vom Mordopfer von He-Min Lee geäußert haben und gesagt haben so, ey, wir finden das übrigens nicht so cool. Also, wir haben also hier unsere Verwandte wurde ermordet, die ist tot und das tut immer noch weh, das ist immer noch schlimm. Und jetzt gibt es online so Leute, die reden die ganze Zeit darüber. Und also aus ihrer Perspektive hat Adnan Zayed das gemacht und wurde dafür korrekt verurteilt und damit haben sie es irgendwie abgeschlossen. Und jetzt heißt es plötzlich, nee, da war das bestimmt. Und die haben bestimmt gelogen und das ist alles scheiße. Und das ist ja wirklich schlimm, das ist wirklich traumatisch. Und die haben gesagt, bitte hört damit auch. Aber natürlich hat damit niemand aufgehört. Hat natürlich niemand respektiert. Klar. Und für PodcasterInnen ist es aber natürlich irgendwie super cool, wenn es da so Fans gibt, die so sehr mit deinen Inhalten interagieren. Die halt irgendwie darüber reden, du hast eine neue Folge gemacht, was ist da rausgekommen? Wir überlegen, wie es da weitergeht. Wir geben Tipps und so. Wir machen da einfach mit. Das ist ja super für alle Content-Creator. Und das hat sich für mich damals auch nie so richtig aufgelöst. Also diese Spannung zwischen, wie geht es eigentlich den Leuten, den Angehörigen, den Opfern, den Tätern auch, so damit, dass der Fall besprochen wird. Und wie kommt es an bei einem Publikum? Das ist immer krass, wenn es irgendwie Opfer gibt und dann später die Angehörigen sich halt durch, egal eigentlich welches Medium nochmal, damit konstant auseinandersetzen müssen, wie der Fall erzählt wird. Und man kann meistens davon ausgehen, dass die Angehörigen mehr wissen. Und also im Sinne von, du bekommst eine Geschichte erzählt oder du bekommst sie dramaturgisch erzählt, also damit du auch dranbleibst bei einem True-Crime-Format. Die Angehörigen wissen das aber alles schon und die spüren, wie deine Geschichte ja quasi ihr Leid benutzt, um eine Dramaturgie halt herzustellen. Und das ist schon super heftig, einfach stelle ich mir super schwer vor. Und es geht auf jeden Fall nur, wenn man das Einverständnis hat von den Angehörigen, meiner Meinung nach. Und niemand im Internet hat dieses Einverständnis. Also solange das nicht in der Sendung bei Aktenzeichen XY ist, wo die Angehörigen das vorher gesagt haben, gesagt haben, bitte schickt uns alle Hinweise, wir wollen das, ist das einfach nicht gegeben. Und das finde ich schon, ja, krass einfach so. Ja, und die Podcasts bringen uns eigentlich ganz gut zurück zum Fall von Gabby Petito, weil am 19. September 2021 entern die Podcaster den Fall. So, es gibt nämlich den sehr erfolgreichen True-Crime-Podcast Crime Junkies und die machen eine Sonderfolge zu Gabby Petito. Normalerweise besprechen die so alte Fälle und hier machen sie aktuelle News Gabby Petito. Hier ist alles, was wir darüber wissen. Einen Tag, nachdem die Folge online geht, ist sie Platz 1 auf Apple Podcast Charts. Also die geht durch die Decke. Die Leute feiern das total. Und spätestens, das ist der Moment, wo Gabby Petito endgültig in der True-Crime-Bubble angekommen ist. Es ist quasi Gabby Mania. Also Leute sind total heiß drauf, was los ist mit diesem Fall. Also, was ist los mit diesem Fall? Es wird weird. Es wird richtig, richtig weird. Also, am 1. September kehrt ja Brian Laundrie, der Verlobte, zurück zu seinen Eltern nach Florida. Macht gar keine Aussagen dazu, wo Gabby verbleibt. Stattdessen, kommt später raus, fährt er so ein paar Tage weg mit seinen Eltern campen. Erstmal entspannend nach einem Ort. Erstmal ein bisschen entspannend. Nein, wir wissen es nicht, sorry. Und dann wird alles noch seltsamer, weil dann gibt es Bodycam-Aufnahmen von einem Polizisten. Also die Polizei in Utah veröffentlicht eine Aufnahme von einem Polizisten. Der hat nämlich irgendwann im August Gabby und Brian angehalten, wie sie in ihrem Van durch die Gegend fahren, weil sie angeblich Schlangenlinien gefahren sind. Und im Video sieht man, Gabby weint und sie erzählt dem Polizisten, dass der Verlobte, dass Brian sie geschlagen hat, sie ihr eine Ohrfeier gegeben hat, weil sie sich gestritten haben. Es geht irgendwie darum, dass Brian nicht damit klarkommt, dass sie so viel Zeit am Laptop verbringt, weil sie ja so viel Content posten muss und so. Und der Polizist ist so, aha, aha, okay, ich kapiere gar nichts, ihr komischen Internet-Kids. Und ist dann so, ja, also was ich euch empfehlen kann, schlaft doch mal eine Nacht getrennt voneinander, sucht euch jeder irgendwie ein Hotel oder so und dann kühlt ein bisschen ab und alles wird gut. Ach krass. Aber das ist ja schon auch so ein Gegensatz zu diesem ganzen Happy-Content, den sie vorher hatte. Hey, das ist das perfekte Park, Küsschen, Sonnenuntergang und jetzt taucht auf einmal so ein Video auf, das ist natürlich schon, uh, verdächtig. Ja, und die Internet-Detektive springen da total darauf an und sind so, aha, okay, Brian ist also potenziell gewalttätig. Aha, interessant, interessant. Brian schweigt weiterhin und dann, 11. September, Gabi wird vermisst gemeldet und dann wird es noch seltsamer, weil dann verschwindet Brian. Hä? Ja. Am 13. September verlässt er das Haus seiner Eltern und kehrt einfach nicht zurück. Was? Hä? Äh. Die Polizei erklärt ihn dann offiziell zu einem Verdächtigen, die hatten das Haus unter Beobachtung schon, das Haus der Eltern, wo er dann geblieben ist. Ah, als ob er geflüchtet wäre sozusagen. Ah. Aber sie halten ihn halt nicht auf und dann geht er weg und ist plötzlich weg und die Polizei weiß nicht, wo er hin ist. Also obwohl sie das Haus unter Beobachtung hatten, ist er ihnen quasi entwischt. Oh, das ist ein bisschen traurig für die Polizei. Schon eine Schlappe, ja. Am 17. September wird auch Brian als vermisst gemeldet. Spätestens da ist halt also quasi, ist klar, also die Polizei hat es nicht drauf und es ist jetzt an den Internetdetektiven den Fall zu lösen. Ja, also das wird wirklich für Leute dann komplett zum interaktiven True Crime Fall, weil es ist so, okay, wir müssen das jetzt, jetzt lösen. Jetzt oder nie. So, Brian ist weg, wo ist der? Der hat bestimmt Dreck am Stecken. Und das Interessante ist, die Hinweise zu diesem Fall erscheinen auch tatsächlich zuerst auf Social Media. 19. September, ja, da postet eine andere Vanlife-Frau, Miranda Baker, die postet da dieses Video hier auf TikTok. Hi, my name is Miranda Baker and on August 29th my boyfriend and I picked up Brian at Grand Teton National Park at 5.30 at night at Colter Bay. Also sie sagt, sie hat ihn im August gesehen, also noch bevor er das erste Mal nach Hause gekommen ist und dass sie ihn im Auto mitgenommen hätten und dass er ihnen 200 Dollar angeboten hätte, sie mitzunehmen, was schon für jemanden per Anhalter mitnehmen ungewöhnlich ist, finde ich. Ja, und er hat sich irgendwie weird verhalten, erzählt sie dann so, der wollte irgendwie, dass sie in so einem Campingplatz waren, ihr ganz viel, also ihr, dieser TikTokerin und ihrem Freund irgendwie ganz viel Geld geben wollte für diese Mitnahme und dass er dann irgendwann so total plötzlich dann wieder ausgestiegen ist, als die gesagt haben, nee, wir sind übrigens in eine andere Richtung unterwegs und nicht dahin, wo du hin willst. Und dann ist er so, ja, okay, cool, ciao, 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 ich muss weg. Und dann waren sie so, hä, das ist komisch. Und sie erzählt so ganz, ganz viele Details zum Beispiel, dass also Brian ihr erzählt haben soll, dass er tagelang alleine campen war. Er hat auch schon, er hat seine Verlobte erwähnt, er hat Gabby erwähnt, ja, dass er, aber dass er alleine war und alleine gecampt hat. Und dann war sie so, ja, aber das ist komisch, weil der hat gar nicht ausgesehen wie jemand, der tagelang alleine campen war, weil der war jetzt irgendwie auch nicht, weiß nicht, nicht müffelig und der hat auch keine, er hat auch nicht irgendwie viel Ausrüstung dabei, was man jetzt denken würde, man hätte irgendwie so einen großen, großen Hiking-Backpack mit, wo man irgendwie sein ganzes Zeug verstaut, um alleine zu campen. Also es war irgendwie alles super weird und der Clip bietet dann natürlich auch wieder ganz viel Raum für neue Spekulationen. Wo wollte der hin? Warum hat er sich komisch verhalten? Was ist mit dem Geld? Stimmt das, dass er alleine war? Wo ist Gabby zu dem Zeitpunkt? Und das wird dann alles wieder in neuen Videos und Kommentaren diskutiert. Und das bekommt dann noch ein weiteres Vanlife-Influencer-Pärchen mit. Die sind irgendwie überall. Die sind einfach überall da. Und zwar Jen und Kyle Bethune. Die sind mit ihren Kindern schon seit 2020 unterwegs im Wohnmobil. Also die haben ein größeres Wohnmobil und die nehmen ihre gesamte Reise auf für den YouTube-Account von denen. Und dann bekommt die Jen Bethune das mit, scrollt so durch die Aufnahmen, die sie gemacht hat, weil sie lässt die Kamera einfach die ganze Zeit mitlaufen. Und guckt durchs Videomaterial und findet dann den weißen Van von Brian und Gabby in der Nähe von einem Campingplatz in Wyoming. Die fahren dann eben vorbei. Und das ist der entscheidende Hinweis. Das melden sie sofort an die Polizei. Und die Polizei und FBI machen sich sofort auf zu genau diesem Campingplatz in Wyoming. Und da finden sie dann die Leiche von Gabby. Nein. Da ist dann Gabby und die Gerichtsmediziner stellen dann auch schnell fest, sie wurde tatsächlich gewaltsam ermordet. Ach krass. Boah. Ja. Ich habe irgendwie gehofft, dass es ein Happy End gibt. Leider nicht. Es gibt zu dem Zeitpunkt dann natürlich wieder ganz, ganz viel Spekulation, wer sie ermordet hat. Also Brian ist Nummer eins auf der Verdächtigenliste. Offenbar. Aber es gibt da auch, also es gibt in Wyoming zu der Zeit gab es auch mal so andere Mordfälle, wo andere Wanderer, also zum Beispiel ein lesbisches Pärchen, auch so in der Zeit getötet wurden. Und dann gibt es so die Frage, okay, vielleicht ist da irgendwie so ein Serienkiller unterwegs. Das wäre noch krasser so. Diese Spekulationen laufen also eine ganze Weile. Und dann, ein Monat später, endet alles, weil am 20. Oktober 2021 wird endlich Brian gefunden. Und der ist auch tot. Was? Brian finden sie auf einem Campingplatz irgendwo in der Nähe von seinem Heimatort in Florida und stellen fest, er hat sich selbst getötet. Und Brian hinterlässt einen Abschiedsbrief, wo er auch zugibt, dass er Gabby ermordet hat. Krass. Richtig krass. Und ich weiß nicht, ich finde diese Story so krass, weil ich wirklich nicht so richtig weiß, wie ich das alles finden soll. Weil, also einerseits, also erst durch die Aufmerksamkeit auf Social Media wird ja der Fall Gabby Petito erst so populär, dass da auch so ein richtiger, richtiger Druck auf den Ermittlungsbehörden ist, das schnell aufzuklären, sich da wirklich dahinter zu klemmen, weil so viele Leute wissen wollen, was los mit Gabby. So. Und die entscheidenden Hinweise kommen ja wirklich über Social Media. Die Leute, also diese TikTokerinnen sagen so, ja, ich habe das über TikTok mitbekommen und quasi erst so davon gelernt und dann hat mich das so interessiert und ich war da in der Gegend unterwegs. Also das waren quasi, so haben die Ermittlungsbehörden ZeugInnen erreicht, die sie sonst gar nicht erreichen könnten, weil einfach Leute viel in diesen Parks unterwegs sind und jetzt, man weiß nicht, wo die jetzt sind. Und andererseits haben wir halt diese, also diese Sache, die wir halt seit Serial haben, weil das ist halt wirklich, wirklich unangenehm für die Angehörigen, dass das Schicksal ihrer Verwandten online zu Entertainment wird oder zu so einer Art Detektiv-Game. Ja, ich meine, was ich daran anders finde als an anderen True-Crime-Formaten, ist, dass es schon oft passiert, dass eben True-Crime-Formate Fälle hernehmen, die schon länger her sind und das nochmal aufrollen. Wir schauen da jetzt nochmal ganz neu drauf und das ist, glaube ich, mit keiner Ahnung, vor 20 Jahren Abstand oder lass es 10 sein, für die Angehörigen heftig. In einem Vermisstenfall sind im Normalfall alle über jede Art der Öffentlichkeit krass glücklich und am Ende ist es immer besser, wenn man weiß, dass jemand gefunden worden ist, dass es ein klares Schicksal ist, als dass man halt mit dieser Unsicherheit leben muss. Das ist natürlich schon irgendwie, ja, eindrücklich. Ich weiß nicht, ob sich die Angehörigen da irgendwann auch dazu gemeldet haben, zu diesem Gabby Petito-Fall, ob die da mal was dazu gesagt haben, wie das so für sie war. Ja, aber erstmal in dem Fall ist es tatsächlich wahrscheinlich wirklich eine gute Sache gewesen, dass das Internet da so dabei war. Wäre jetzt so mein Bauchgefühl, weiß nicht, was du so denkst. Ja, nee, die haben sich da auch tatsächlich viel dann, also in der Zeit auch öffentlich geäußert, irgendwie auch dazu aufgehört, also auch irgendwie Appelle gemacht an Brian, dass er sich stellen soll, dass er sich melden soll und so und auch viel, ja, viel diese ganzen Aufrufe geteilt und so weiter und so fort. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie sich also über jedes TikTok-Video irgendwie gefreut haben zu der Zeit, aber wahrscheinlich hat die Aufmerksamkeit wirklich, ja, geholfen, um diesen Vermisstenfall aufzuklären. Gleichzeitig ist es so, also gerade bei so Fällen, die eben nicht so ganz weit in der Vergangenheit sind, dass es da zu wirklichen Problemen kommen kann, wenn sich das Internet irgendwie da drauf stürzt. Es gibt, ich habe so Berichte gelesen von Leuten in den New York Times, die, also Angehörige von Opfern von Verbrechen, die gesagt haben, also die sagen so, oh, diese True-Crime-Podcaster, die nerven so sehr, die lassen mich einfach nicht in Ruhe. So, es gibt halt immer, immer irgendwie eine neue Show, die irgendwie zu mir will und irgendwie die Geschichte von meiner Schwester oder meinem Bruder, meinem Vater, meinem Freund irgendwie erzählen möchte. So, ich will das alles nicht, die da so richtige, die machen dann zum Teil auch so Podcasts, wo sie, also wo sie so aus Angehörigenperspektive so diese True-Crime-Fälle erzählen. Also das ist, das ist so eine Sache. Dann gibt es auch zum Beispiel Fälle, in denen das so richtig schief gegangen ist. Zum Beispiel gab es ja 2013 in den USA, in Boston, dieses richtig schlimme Bombenattentat auf den Marathonlauf. Und auch da haben sich dann danach ganz, ganz schnell so auf Reddit Leute zusammengefunden, die gesagt haben, so, jetzt klären wir den Fall auf. Wir gucken irgendwie durch Social-Media-Post, wer war da? Und dann sagen wir, das war irgendwie, finden wir Verdächtige. Und dann haben sie halt irgendwie Leute falsch beschuldigt, die halt überhaupt nichts damit zu tun hatten. Ja, und auch bei Gabby gibt es wirklich super, super viele wilde Verschwörungstheorien über diesen ganzen Fall, die halt ins Nichts führen. Also, aber ja, ich bin da schon bei dir. So, in dem Fall ist es, also ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Aufmerksamkeit echt geholfen hat, das aufzuklären. Gleichzeitig hat es ja vielleicht auch einfach gute Polizeiarbeit ja verhindert im Sinne von, es kann auch nicht das Ziel sein, dass es so viel Aufmerksamkeit dafür gibt, dass der Verdächtige loszieht und Suizid begeht sozusagen. Das ist ja auch nicht, wie unsere Gesellschaft funktionieren sollte, sage ich jetzt mal so. Das ist ja schon auch irgendwie so eine, ja so eine Rache-Mentalität vom Internet. So, den machen wir jetzt fertig. Ja, super, super schwieriges Thema, dieses True Crime. Ja, was ich auch so schwierig finde, du hast eine Sache angesprochen vorher, du hast gesagt, was halt komisch ist, ist, dass man halt ohne das Einverständnis von den Angehörigen über so einen Fall spricht, machen wir ja auch. Also quasi, wir reden jetzt hier darüber und ich habe jetzt nicht nachgefragt, ob wir das dürfen oder so und auch dieser Podcast ist ja eher für Unterhaltung und jetzt nicht, um irgendwie True Crime Fälle aufzuklären oder so. Und letztendlich, ja, benutzen auch wir diese Story, um irgendwie dazu unsere Inhalte zu machen. Ich hoffe halt, dass das jetzt nicht respektlos war und dass wir da mehr gemacht haben, als einfach nur irgendwie einen schlimmen Mordfall nacherzählen und irgendwie für Spannung zu sorgen oder so. Also ich hoffe, ich hoffe, dass wir das zumindest nicht gemacht haben. Also es ist auf jeden Fall sehr süß, dass du das sagst und ich will jetzt auch nicht uns in Schutz nehmen, aber generell, mal ganz abseits von uns, finde ich, dass es einen Unterschied macht, ob man einen Fall erzählt, um ja diesen Dark Tourism Aspekt des eigenen Gehirns quasi zu befriedigen. So, hä, wir gehen jetzt mal rein und dann erzählen wir es möglichst gruesome oder ob es für einen größeren Fall steht, der vielleicht auch was über unsere Gesellschaft oder über Dinge, die in unserer Gesellschaft schief laufen, erzählt. Zum Beispiel, die Süddeutsche Zeitung hat auch so eine Reihe, in der sie über True Crime berichten und da gab es zum Beispiel einen Fall über einen alten Mann, der in Berlin umgebracht worden ist und es hat aber keiner so richtig mitbekommen. Und junge Menschen, die ihn getötet haben, haben seine Identität übernommen und worum es da eigentlich geht, ist, dass halt unserer Gesellschaft halt alte Menschen oft einfach so egal sind, die so einsam sind, dass die überhaupt kein Netz haben und total unsicher sind sozusagen. Also, es gibt einen Fall und der zeigt, dass es ein großes gesellschaftliches Problem gibt und das ist natürlich schon, finde ich, das finde ich schon, also so einen Relevanzaspekt kann man schon bringen, dass man sagt, hey, deswegen würde ich so eine Geschichte immer machen. Also, ich würde jetzt nicht als Journalistin von mir sagen, hey, ich würde niemals ein True Crime Format machen, weil es gibt einfach Fälle, die halt erzählt gehören und die was aussagen. Ja, absolut. Ja, gehe ich total mit. Gut, dann lass uns mal zum Ende dieser Folge kommen und zwar nochmal mit einem kleinen und verstörenden Update dieses Falls tatsächlich, weil ich dachte eigentlich so, okay, das ist alles geklärt, so seit 2021. Ist aber nicht so. Also, dieses Jahr hat die Mutter von Gabby auf einer Konferenz für True Crime Fans gesagt, die ist da aufgetreten, hat gesagt, dass sie Brian vergibt, aber es gibt immer noch Gerichtsverhandlungen zum Mord und es kommen auch immer noch neue Details raus. Zum Beispiel kam vor gar nicht so langer Zeit raus, dass die Eltern von Brian vermutlich schon recht früh über diesen Mord Bescheid wussten und dass sie ihrem Sohn sogar Hilfe angeboten haben, die Leiche von Gabby zu verstecken. Ach, krass. Und es kam dann auch raus in Gerichtsverhandlungen, dass Brian selber wohl seit Jahren ernsthafte psychische Probleme hatte, dass der Gewaltfantasien hatte, dass er Waffen gehortet hat und dass er auch so über selbstverletzendes Verhalten gesprochen hat. Wie heftig. Und ich finde, also quasi Jahre später gibt das dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Anstrich, weil damals quasi, als es losging, haben halt alle darüber gesprochen, so ja, der ist halt irgendwie so ein, also der ist halt der Bösewicht, so quasi. Aber für mich ergibt das nochmal ein anderes Bild, nämlich, dass auch er Hilfe gebraucht hat, also dass auch er jemand war, der wirklich, wirklich Hilfe gebraucht hat, also psychologische, psychotherapeutische Hilfe, dass das jemand erkennen sollte, dass es ihm nicht gut geht, so. Und jetzt ohne jetzt zu sagen, psychische Krankheit führt dazu, dass man Gewalt verübt, sondern aber so quasi, man hätte das verhindern können. Man hätte es verhindern können, wenn man vielleicht auch ihm geholfen hätte, so. Und die Eltern von Brian hätten ja auch quasi viel früher diesen Fall aufklären können, indem sie quasi nicht ihren Sohn geschützt hätten. Aber auch das ist ja ein furchtbares Dilemma, in dem man dann steckt, quasi, dass der eigene Sohn etwas total Furchtbares getan hat und dass man dann sich irgendwie dazu verhalten muss. Also, das ist ja wirklich, wirklich schlimm. Und ich finde, das kommt halt im ersten Moment gar nicht rüber, wenn man einfach nur über diesen Fall redet. Also, ich finde, das ist ein schrecklicher Mordfall gewesen und es ist auch einfach darüber hinaus noch eine schreckliche Tragödie einfach für alle, die daran beteiligt waren. Einfach total furchtbar. Und ich weiß halt nicht, ob das so richtig rüberkommt, wenn man in dem Moment quasi diesen Fall bespricht. Also, ich würde da auch wirklich nochmal so sehr bei dir sein, mit ein bisschen Abstand und wenn das irgendwie eine gesellschaftlich relevante Geschichte ist. Und dann, finde ich, sollte man drüber sprechen und ansonsten sich vielleicht ein bisschen in Geduld üben, vielleicht ein bisschen zurückhalten. I don't know. Und dann mit Abstand ist es ja ein gesellschaftlich relevanter Fall. Ja. Also, dann steckt dahinter ja eine Geschichte über psychische Erkrankungen, über Familienbünde in solchen Fällen. Und ja, also auf jeden Fall echt nochmal eine neue Dimension, die sich hier am Schluss aufgetan hat. Ja, das glaube ich auch. Danke fürs Erzählen, Dennis. Das war Browser History über Gabby Petito und True Crime. Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefallen haben, dann könnt ihr uns abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify und natürlich auf Podimo. Alle Zitate dieser Folge und unsere Quellen findet ihr in unseren Shownotes. Browser History ist eine Produktion von Kugel und Mieren im Auftrag von Podimo. Zum Team gehören Tatjana Tamiros, Christian Alt, Michael Bartlewski, Joële Fleischhauer, Tristan Lehmann, Juliane Rinne, Malbrit Döge und Laura Schmidt. Wir sind Dennis Kugel und Magdalena Puls und wir sagen Tschau, Servus und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.